Und einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist der 13. Juli und wir haben heute schon unseren neunten Tag. Und unfassbar, wir haben echt mega lange geschlafen, es ist jetzt 10 Uhr. Und wir starten jetzt auf jeden Fall sofort in den Tag. Ein bisschen Frühstück, damit man ein bisschen was im Magen hat. Und dann heißt es, let's go. Wir schauen jetzt mal, was unsere Planung ist, was wir so machen. Wir werden jetzt mal gucken, worauf wir Lust haben. Was auch vielleicht die Kinder gerne machen möchten. Und dann nehmen wir euch mit. Also, wir haben einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße hier aus Hurghada. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns begleitet. Bis dahin erstmal... ... ... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ja, mit diesem Ausblick begrüße ich euch in den Abend und ihr habt einen wunderschönen Abend. Schaut, ein Flieger startet gerade, auch ein schönes Bild. Ganz, ganz liebe Grüße hier von uns und wir starten jetzt, wie gesagt, in den Abend und nehmen euch mit. Und wenn ihr Lust habt, seid einfach mit dabei. Leute, wir sitzen alle auf dem Motorrad von Mustafa von unserem guten Freund. Und jetzt geht ich durch die City vom Koffyschiff ab. Kleine Spritztour. So, seht ihr, jetzt könnt ihr mal erleben, eine kleine Fahrt. So, ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das ist ihr, jetzt Mont состав. So, ja, wir haben jetzt señor disloc'. So, das ist ihr, jetzt könnt ihr euch haben, dass Team das geht. So, dann manifested euch ein Handy. So, dann皆 soll ich echt helfen. So, dann könnt ihr euch weit überlegen. So, dann könnt ihr euch auch in der Barackä서부터 gucken. So, dann könnt ihr euch einfach dann auch mal aufschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eigentlich wollten wir mit dem Taxi in den Haus fahren, aber jetzt fahren wir hier mit Mustafa. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. abends. Bis zum nächsten Mal.